Wir müssen uns unbedingt die neuesten Chartentwicklungen bei Bitcoin anschauen, nachdem wir jetzt ja so volatile Tage gesehen haben mit so hohen Erwartungen und was das jetzt für die Zukunft bedeuten könnte für den Bitcoin-Preis. Zudem müssen wir uns natürlich nochmal darüber unterhalten, was die wichtigsten News-Themen jetzt sind und was jetzt vermutlich in den nächsten Wochen den Markt am meisten beeinflussen wird. Dazu werden wir uns nochmal ein paar Daten anschauen und damit würde ich sagen, starten wir auch gleich ins Video rein. Bevor wir aber rein starten, einmal ein herzliches Dankeschön an alle Leute, die hier jeden Tag einschalten. Geht doch gerne mal runter und lasst hier ein Like auf das Video da oder schreibt einen Kommentar, das freut uns immer sehr. Unterstützt uns natürlich auch hier weiter, diesen täglichen Content für euch rauszuhauen, seit inzwischen über 600 Tagen, damit ihr immer weißt, was im Cryptospace so los ist und damit starten wir jetzt auch sofort in den Content natürlich rein. Ich würde sagen, wir springen als erstes mal vielleicht kurz in die News rein oder was ich aktuell sehr interessant finde im Markt und danach schauen wir uns das Ganze nochmal in den Charts an. Als allererstes mal bei Coinbase sehen wir aktuell wirklich ein sehr, sehr großes Handelsvolumen. Wir sehen Coinbase In- und Outflows von knapp 9 Milliarden US-Dollar. Das sind absolute Hochzeiten für Coinbase und das zeigt uns, wie viel Marktinteresse aktuell besteht. Ihr müsst hier mal wirklich schauen, die vorherigen Highs, die wir wirklich hatten, als wir hier wirklich extrem volatile Preisbewegungen gesehen haben, waren hier vielleicht mal bei knapp 5 Milliarden. Jetzt haben wir hier knapp das Doppelte, also man sieht schon, der Markt ist aktuell extrem interessiert, was jetzt passieren könnte und das gibt uns natürlich im Endeffekt auch die Liquidität, die wir brauchen, um größere Kursbewegungen zu sehen. Dem wollte ich auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass jetzt ein gegebenenfalls neues Narrativ entstehen konnte und zwar für Ethereum. Die Bitcoin ETFs wurden ja deutlich, deutlich gefrontrunnt. Wir haben extrem große Kursgewinne vor den Genehmigungen bei den ganzen Rumoren gesehen und jetzt, als dann wirklich die Annahme kam, blieben die extremen Kursgewinne eigentlich mehr oder weniger vollständig aus. Und jetzt ist natürlich die Frage, die finale Deadline für Ethereum Spot ETFs wären in 130 Tagen. Auch hier könnte ich mir potenziell jetzt vorstellen, wenn das ein bisschen von den sozialen Medien oder natürlich auch von allen Leuten, die so im Cryptospace generell investiert sind, aufgenommen wird, könnte ich mir auch hier gut vorstellen, dass Ethereum jetzt wirklich nochmal stark am Pumpen ist. Denn man muss ja auch ganz klar sagen, dass Ethereum in den letzten Tagen sich deutlich besser gehalten hat als Bitcoin. Also ich persönlich halte da aktuell noch ein deutliches Auge drauf und könnte mir vorstellen, dass hier auch nochmal ein Frontrun geschehen könnte. Zu dem man ja auch sagen muss, wir hatten hier gerade 130 Tage erwähnt bis zu der finalen Deadline von den Ethereum ETFs. Aber wir haben ja noch eine weitere wichtige Deadline oder was heißt Deadline, aber zumindest eine weitere wichtige Timeline. Und das ist natürlich das Bitcoin Halving. Denn in 104 Tagen ungefähr, kommt mir natürlich ein bisschen drauf an, wie die Blockzeit so abläuft, aber in ungefähr 104 Tagen, also nur knapp 25 Tage vor einem potenziellen Ethereum ETF, wird das Bitcoin Halving stattfinden, was nochmal den zusätzlichen Supply, der in den Markt neu rein strömt, halbieren würde. Was natürlich prinzipiell erstmal rein markttheoretisch auf jeden Fall sehr, sehr bullisch wäre. Das wäre für mich so ein Katalysator, dass man wirklich sagen könnte, wenn wir jetzt vielleicht nochmal ein, zwei Wochen oder vielleicht auch einen Monat eine Korrektur sehen würden, dann könnte man trotzdem sagen, in den drei Monaten vor einem potenziellen Ethereum Spot ETF, je nachdem wie sich natürlich auch die News dahingehend entwickeln oder wie sich die SEC dazu natürlich auch äußert. Und ein Bitcoin Halving könnte auf jeden Fall ein absoluter Preistreiber sein, um dann wirklich in den kommenden Monaten eine starke Rallye hervorzurufen. Auch wenn wir natürlich jetzt erstmal ganz kurz darüber sprechen sollten, wie sich die Preise aktuell entwickeln. Und dafür würde ich sagen, springen wir einmal ganz kurz erst auf die großen Timeframes und zwar hier auf den Daily Timeframe. Ich habe hier nochmal das in Anführungszeichen alte Pattern eigentlich schon eingezeichnet. Und zwar das Symmetrical Triangle, dies hatten wir ja nach oben hier schön das Target perfekt gehittet. Jetzt haben wir das große Retracement gesehen, oder was heißt das große Retracement, bisher ist es noch nicht ganz so groß, aber wir haben diese erste größere Korrektur hier gesehen, nachdem Bitcoin es eben nicht geschafft hat, hier mit Momentum diese ETF-Entscheidung wahrzunehmen oder dann wirklich nach oben zu nutzen, in Anführungszeichen, sondern es wurde dann doch eher das Selden-News-Eignis, was inzwischen ja schon viele dann auch wirklich antizipiert hatten. Liam hatte ja gestern, oder Entschuldigung, Timo hatte gestern mit euch ja schon über dieses Rising Wedge hier gesprochen. Was wir potenziell jetzt hier nach unten ausgebrochen hätten, wie gesagt, im Endeffekt die untere Linie ist die gleiche, die obere Linie ist ja aktuell jetzt eh nicht relevant, weil wir hier am potenziell nach unten ausbrechen sind. Diese bleibt beim Symmetrical oder auch beim Rising Wedge genau dieselbe hier in dem Fall. Und das heißt, wir befinden uns immer noch ganz klar unter unserer aufsteigenden Trendlinie hier, haben diese mit der gestrigen Daykerze hier zwar nochmal getestet, aber haben es eben nicht geschafft darüber zu pumpen. Zudem haben wir auch noch diesen etwas größeren Aufwärtstrend, den wir hier im Endeffekt ja seit eigentlich den 30.000 ja gesehen hatten, oder den 33.000 ja meinetwegen auch gesehen hatten. Diesen könnten wir jetzt potenziell eben auch nach unten durchbrechen. Das heißt, wir könnten hier zwei wichtige, wichtige und auch inzwischen schon längerfristige Supportbereiche nach unten verlassen. Das nach einem Selden-News-Event von so einer Signifikanz könnte meiner Meinung nach dann doch nochmal zu größeren Korrekturen führen. Wenn wir jetzt nochmal vielleicht das Target beispielsweise von dem Rising Wedge hier nehmen, also von dem Symmetrical Triangle slash Rising Wedge, habe ich ja eben schon mitgeleert, dann können wir hier ganz klar sagen, dass ein potenzielles erstes Target hier die 38.690 Dollar sein könnten. Ich muss persönlich aber auch sagen, dass wir eben in diesen Bereichen gerade von den 37.000 bis so 35.000 eine ziemlich starke Konsolidierung gesehen haben. Das heißt, in diesem Bereich könnte ich mir gut vorstellen, dass wir vielleicht dann wirklich Boden finden sollten, wenn wir jetzt eben noch weiter korrigieren und eben es nicht schaffen hier, diesen wichtigen Supportbereich, den wir gerade nach unten am Verlassen sind, zu halten. Und dafür schauen wir natürlich nochmal auf die kleineren Timeframes. Timo hatte sich ja gestern hier mit euch schon dieses M-Pattern, was nach unten ausgebrochen ist, angeschaut. Das Target haben wir mehr oder weniger jetzt erreicht und es ist jetzt wirklich eben der Kampf. Die Bären, die Bullen versuchen beiden natürlich die Marktmacht hier zu halten, um eben nicht diese große, ja, potenzielle Korrektur oder größere potenzielle Korrektur dann wirklich auszulösen. Denn es sieht immer mehr danach aus, dass wir wirklich kurz davor sind, aus dieser Seitwärtskonsolidierung, die wir jetzt hier ja seit einigen Stunden sehen, nach unten auszubrechen, aus den Gründen, die ich ja eben genannt habe. Wie gesagt, wir verlassen wichtigen Supportbereich. Wir hatten gerade ein sehr, sehr wichtiges Sell-the-News-Ereignis, was eben auch natürlich eigentlich ein sehr positives Ereignis ist. Und trotzdem fällt der Markt. Das heißt, wir waren vermutlich wirklich schon deutlich zu euphorisch vorher. Der Markt war zu euphorisch vorher. Und ich persönlich könnte mir jetzt nochmal eine größere Korrektur hier wirklich vorstellen. Gerade unter dem Aspekt, wenn man jetzt nochmal, ja, einen Endeffekt darüber nachdenkt, diese ETF-Entscheidung war so weitreichend, dass sie wirklich in vielen, vielen Medien aufgegriffen wurde, ob jetzt in Amerika oder in Europa. Das hat man schon mitbekommen. Das heißt, der Retail ist jetzt doch nochmal vielleicht etwas mehr fokussiert. Denkt, boah, krass, das große Geld, die großen Finanzinstitute kommen jetzt an den Markt, will hier vielleicht noch schnell, in Anführungszeichen, vorher, bevor es zu spät ist, bevor jetzt die großen Pumps kommen, wollen hier vielleicht noch einsteigen. Genau das wäre dann eigentlich der perfekte Zeitpunkt, dass der Kurs wirklich korrigiert. Das heißt, ich bin aktuell wirklich extrem vorsichtig. Wichtige Price-Targets, die wir auf jeden Fall nach oben wieder zurückgewinnen sollten, wären hier ungefähr die 43.000, damit wir hier zumindest unsere langen, längerfristigen, sogar grünen Trend noch halten könnten. Wenn wir hier in den roten Trend, also in den Trend von dem Rising Wedge, sag ich mal, zurückwollten, wären das hier ungefähr so bei, ja, 43.400. Also ein Daily Close darüber, über diesen Niveaus, gerade über den 43.500, wäre für mich erstmal auf jeden, jeden Fall ein bullisches Zeichen. Sollten wir jetzt hier nochmal die Tiefs, die wir hier so geformt haben, abgesehen von den Wigs, sag ich jetzt mal, nach unten durchbrechen, das bedeutet hier so die, ja, knapp 42.500, dann gehe ich dann doch davon aus, dass wir nochmal eine Korrektur sehen werden und auch eine größere Korrektur sehen werden. Die Targets hatten wir uns ja eben hier schon angeschaut. Das erste könnte hier, wie gesagt, knapp bei 38.000 liegen. Ich halte es dann aber auch gar nicht für unwahrscheinlich, dass wir zumindest mal ein Wig bis auf die 35.000 oder sowas sehen könnten. Und wie sich es dann weiter bewegt oder wie dann der Kurs weitergeht, müssen wir natürlich dann schauen, sollte das Ganze eintreten. Wie gesagt, die wichtigen Preis-Ziele, Entschuldigung, die wichtigen Preis-Level, auf die ich aktuell schaue, habe ich ja gerade gesagt, die sind 43.000, 43.400 ungefähr und eben die 42.500 nach unten. Ich hoffe, das war eine kurze, knackige Zusammenfassung von den wichtigsten Themen, die ich aktuell im Kryptospace so sehe oder die wir aktuell im Kryptospace natürlich so sehen, damit ihr immer up-to-date seid. Und ich würde sagen, damit beenden wir das ganze Video auch. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal ein Like da lassen, gerne einen Kommentar da lassen. Das unterstützt uns immer und freut uns natürlich auch. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder im täglichen Update auf dem Krypto-Kanal. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.